In diesem Video geht es um die besten vollintegrierbare Geschirrspüler. Der Qualitätssieger in unserem vollintegrierbarer Geschirrspüler-Test geht an den Bosch SPV2 HKX. Mit einem Geschirrspüler mit Home Connect genießen Sie den Komfort der Zukunft schon heute. Intelligente Spülprogramme reinigen Ihr Geschirr effizient und sogar individuell konfigurierte Favoritenprogramme lassen sich mit nur einem Kick auswählen. Mit der Silence-on-Demand-Funktion erleben Sie außerdem absolute Ruhe. Auf Knopfdruck wird der Spülgang pausiert und erst dann fortgesetzt, wenn es Ihnen passt. Schwer zu trocknenden Geschirrteile, wie beispielsweise Kunststoffgeschirr, müssen häufig von Hand nach getrocknet werden. Nicht so bei Geschirrspülern mit der Funktion Extra trocknen. Um glänzende und trockene Spülergebnisse zu erhalten, wird die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. Ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder der Spülgang bereits beendet ist, erfahren Sie mit nur einem Blick nach unten. Denn solange die Maschine spült, wird ein roter LED-Lichtpunkt auf den Fußboden projiziert. Sobald der Spülgang beendet ist, erlischt auch der Lichtpunkt. Ganz gleich, ob Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl oder Naturstein. Die rote LED-Leuchte ist auf jedem Belag deutlich sichtbar. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Siemens SR61iX05. Mit der Home Connect App können Sie sich ganz einfach mit Ihrem Geschirrspüler verbinden. Starten Sie zum Beispiel von unterwegs Ihren Geschirrspüler, oder sehen jederzeit und von überall auf dem Smartphone ein, wie viele Spülmaschinentabs Sie noch vorrätig haben. Dieser Geschirrspüler ist WLAN-fähig und somit kompatibel mit Alexa. So funktioniert Kommunikation mit Ihren Hausgeräten noch einfacher. Alexa, starte Home Connect Geschirrspüler. Frage Home Connect Geschirrspüler nach der Restlaufzeit. Beschleunigen Sie den Waschprozess. Durch Aktivieren der VarioSpeed-Option können Sie bis zu 65% Zeit sparen. Sie ist für die Mehrheit der Programme zuschaltbar. Blauer Punkt Info-Light. Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von Weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist. Der Preis-Leistung-Sieger in dem vollintegrierbarer Geschirrspüler-Test ist der Neff S 857 ZMX. Die neuen Geschirrspüler werden smart und in Ihrer Küche wird es wieder ein Stück komfortabler. Home Connect hebt die Grenzen Ihrer Küche und Ihrer Kreativität auf. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach über WLAN. Alle neuen Geschirrspüler sind nun Home Connect fähig und lassen sich bequem mit Handy, Tablet oder per Sprachbefehl steuern. Haben Sie auch schon mal ein Programm unfreiwillig unterbrochen, weil Sie dachten, der Spülgang sei bereits beendet. Mit Timelight passiert Ihnen das nicht mehr. Auch die vollintegrierte Geschirrspülmaschine ohne sichtbare Bedienblende hält Sie auf dem Laufenden. Mit der Zeolit-Trocknung reduzieren Sie den Energieverbrauch auf ein Minimum bei einer schnellen und verbesserten Trocknung. Das Mineral Zeolit kann Feuchtigkeit und Wärmeenergie speichern und wieder abgeben. Das Chef 70 Grad Programm lässt mit heißeren Temperaturen und einem starken Wasserstrahl auch die schmutzigsten Kochutensilien sauber dastehen. Im unteren Geschirrkorb ist die Reinigungskraft noch größer, sodass Vorwaschen und Einweichen unnötig sind. Selbst eingetrocknete Essensreste sind für Chef 70 Grad kein Problem. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.